Herzlich willkommen auf Gutschein-Ramosch.de Wir wollen euch heute die kostenfreie Anwendung von StyleBob vorstellen Ja, wie gesagt, kostenfrei verfügbar und dort geht es rund um Looks Man kann auch ganz einfach einkaufen, auch von einigen Designern, sag ich mal, die hochwertigere Mode anbieten Aber wir sind ja hier derzeit im ersten Reiter Und hier kann man sich einige Looks angucken Hier zum Beispiel Männer, es gibt aber auch den Bereich Damen, Frauen, also Herren und Damen Bleiben wir aber ruhig mal hier und man kann jetzt auch einfach auf einen draufklicken Falls man sagt, ja, sieht von der Kleidung schon ganz gut aus Und dann bekommt man hier eine Übersicht angezeigt mit den einzelnen Sachen Kann man auch nochmal draufklicken, hier ist zum Beispiel eine Jacke, danach ein Oberteil ist mit dabei Ein Oberteil, also ein Unterhemd oder sowas Und hier zum Beispiel die Hose, die Brille, die Schuhe und man bekommt das Outfit hier auf jeden Fall angezeigt Es gibt hier die Möglichkeit, das Ganze zur Watchlist hinzuzufügen oder auch in den Einkaufswagen zu legen Man kann das natürlich mit dem gesamten Outfit machen, falls man sagt, es interessiert mich Und ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit Das sind aber hier nur die Styles, es gibt noch ein bisschen mehr Es gibt einen Sale-Bereich, der ist ein bisschen günstiger, sag ich mal Also hier zum Beispiel 70% Sale, da zahlt man dann ja teilweise deutlich weniger Wobei die Sachen immer noch ihren stolzen Preis haben Muss man dazu sagen, das richtet sich dann halt an Leute, die für Kleidung mehr Geld ausgeben wollen oder können Hier gibt es dann zusätzlich noch einige Möglichkeiten, zum Beispiel nach Designer hier zu filtern Da sind einige namhafte, wirklich sehr namhafte mit dabei Könnt ihr einfach mal reinschauen, Schuhe, Kleidung und Accessoires sind dann hier auch nochmal aufgefiltert Es gibt dann hier in der Mitte noch den Shop Da kann man zum Beispiel schauen, was gerade neu hinzugekommen ist Auch nach Design und Filtern, nach Kleidung, Schuhen, Accessoires oder Beauty Und hier im nächsten Reiter gibt es dann auch schon die Watchlist Da habe ich jetzt mal zwei Sachen drauf Und ja, falls man das eventuell in der Zukunft kaufen möchte, ist das hier möglich Und kann das dann hier einfach speichern Da das Angebot dann doch recht groß ist und man dann so ganz gut den Überblick behalten kann Es gibt hier auch noch meinen Einkaufswagen, da sind die einzelnen Sachen drin Man kann sich dann auch dementsprechend einloggen und die Sachen direkt mobil online bestellen Ist insgesamt eine ganz gute Anwendung Falls ihr euch in diesem Preisbereich beim Kleidungskauf befindet Ist das wirklich euer Online-Shop und mobil ist das hier denke ich auch eine ganz gute Sache Die Anwendung ist nämlich wirklich gut gelungen Das war es von uns, bis zum nächsten Mal Ciao